hallo herzlich willkommen zu einer neuen fahrer tv ist fast gestorben hallo so wieder hoch rennen gar kein bock gibt es steine beutel ja ja ich will auch die scheiße von den aufsammeln wird zu schön könnte man erst mal mit kack jemanden abwerfen die rehe verarschen mich jetzt nicht kommt zurück die rehe verarschen ich gerne nick also gibt es auf ist mein allererstes exemplar junge kommt zurück jetzt die sporen alles ich glaube ihr solltet irgendwann noch mal wieder zurückkommen weil schlafen ist wichtig speichern auch speichern können wir in zehn jahren wieder machen haben wir alle wieder tot sind hätte ich hauptsächlich die arschkarte weil ich dann safe alleine den weg wieder zurücklaufen ich bin zu fett um reinzukommen kann ich jetzt rüstung aufhängen ich könnte provisores lagerbasteln schnell dann können wir alle schlafen die sticks sind auch durch jetzt fehlen nur noch steine steine und stämme ja dann machen wir schnell holz würde ich sagen das ist aber nicht viel warte ich kann nichts zählen oben sind es vier und sechs sechs, sieben, acht leute bitte schlafen oben sind es zwei ok dann gehen wir schlafen mein gott weil ich sonst gleich tot bin speichern ich speichern gleich warum ist musik eigentlich ausgegangen ich glaub das in mir weil ich einfach wechsleide wie außer irgendwelchen grund es wird noch einer ich verstehe geht immer noch nicht ok jetzt wieder drei also bewegt alle kurz weg und dann wieder hin also nick du auch ja das kann sein dass bei uns hauptsächlich vielleicht wegen dem berg zu lang sind und das leiden und das leidet einer von euch runter ok wenn sie schlafen ist verbargt auch gut ok finde ich schon mal sehr toll mit einer freien wildbahn du überlebst es noch am ehesten ersten ok ich hab sehr viel medizin jetzt will mir nix ausmachen du bist tausend kilometer weg von den monstern die monster kommen nicht immer zu dir vielleicht mal einzeln aber selten ist der fall dann habe ich schon mal gespeichert auch mal das ist auch gut jetzt brauchen wir zwei baumharz für irgendwas ok als ihr wollt doch nicht schlafen nee was so nicht funktioniert deswegen ich war oben steine vielleicht mitnehmen ja ich hab deine älter nie ich hab dich eliminiert ich hab deine familie gefunden das wollte jetzt keiner wissen ich muss mich kurz erwärmen so nochmal kurz durch die wand das funktioniert so ein paar steine rein passt die mauer müssten wir auch mal irgendwann beenden würde ich sagen schnapp stimmt kann man ja überhaupt in diesem game was kann ich damit erfärmen vergifteter pfeil vergiftete waffe ui wofür brauchen wir 362 68 steine ach was ich guck gerade du weißt wegen dir ok ah ok jetzt verstehe ich wasserschlauch baue ich zwei rifle und zwei seiten pst also das mit den baumstämmen wird irgendwie nicht weniger wir haben immer noch 600 zum bauen ich komm hoch naja ich sammle grad einfach steinig hier geil weil wenn ich nach unten renne dauerts länger als wenn ich sie einfach aufsammle ok ich würde aber auch dann langsam nach hau MAMI er ruft erstmal nach seiner mutter ok du erkommst mir nicht ich hab 10.000 feile junge ah nein wieso hab sie nicht ich hab's nicht getroffen ja ah nein so weiter läuft dauerts noch 10 Jahre ach Digga geh in fick dich du einfach jetzt komm einmal richtig geil dupli- einmal bitte durchduplizieren ist aber noch zu wenig immer noch zu wenig fahrten wir jetzt in den tot gesprungen oder was nehm ich jetzt noch nehm ich jetzt noch äh aber die spawnen fixer unten noch zwei ja wir haben genug was hast du gemacht hab's doch verbraucht hä achso du kannst da hin achso so 41 ja nicht mehr viele steine ich hm wir haben probleme ich würde nicht rausgehen ich würde nicht rausgehen würde ich das sag ich dir schon mal ich glaub ich glaub das siehst du auch durch die wand grad ja einer beobachtet uns da gerade das sind 3 oder 4 ja aber da ist eine in unseren Mauern in unseren Mauern da vorne ja ich hab's grad gesehen ja jetzt ist halt weggegangen ja dann hat er keinen Bock mehr auf uns auch gut umso besser na da ist noch ein Bummy reiner Interessenkonflikt muss kurz was gucken ich versteh nur wieso die Bummys immer abhauen mhm was ist passiert abbrechen mhm vielleicht mal trinken du brennst du beach du beach du beach du beach ich sterb ich sterb ich sterb ich sterb einfach blocken das über die Lens zu schauen Okay, das Game hat so geleckt, das ist ja auf einmal eine Homeshow, auch gut. So, den brauchen wir. Den brauchen wir für uns für Essenszwecke. Ich brauche Medikamente. Naja, und ich nutze mal eine Hure für Essenszwecke. Oh, ich mach mit. Aua! Jo, der ist der Base. Okay, ich bin Locked. Okay, ich muss mal kurz fighten, weil sonst... Save that. Hä? So, habt ihr nicht angehittet? Gut. Aua! Der will dich einfach immer rumbringen, auch wenn du schon nockt bist. Oh, Junge! Vor dir ist ein Leiche. Geil. Oh. Oh. Riecht nach Mutter, Schwachs. Riecht nach Mutter. Ja. Ey, bei mir brennt das. Knochen! Warte. Dich zerstücken wir auch. Oder zerstücke ich auch. Zwei Beine. Ich brauche Kopf. Ein Bein. Ein Bein. Äh, ein Arm. Oh, der sollte verkrüppelt der Arm. Ja, doch nicht. Du wirst jetzt auseinandergenommen. Ja, und noch ein Bein gesammelt, auch gut. Gut, dann... Pack ich den Dessen mal. Nicht vergessen zu essen. Äh, ich tue nur den Rest noch wegpacken, was ich hatte. Ich hab Blaubeeren zum Essen. Ich hab Blaubeeren zum Essen. Beim Blaubeeren ist praktisch, da geht auch das Trinken wieder. So geil einfach. Ja, habt ihr schon angebaut? Äh, ja, hatten wir, aber die sind verschwunden nach einer Zeit. Das kann man so sagen. Weil die ist so oft gegessen worden. Was? Äh... Na, ich hab noch 6 Minuten. Hehe, 6 Minuten. Ja. So, jetzt muss ich nur noch auf die Köpfe warten, bis die durch sind. Gar kein Bock. Warum Köpfe? Warum brauchst du Köpfe? Ich brauche äh, Totenschäle für Lampen. Warte, ich kann dir geben. Ne, muss nicht, muss nicht. Äh, ich warte gerade auf 2, die ich angezündet habe. Hier. Moment. Hier. Geil. Und... Oh fuck. Ah, da hab ich schon wieder eins. Okay, jetzt hab ich eins zu viel. Äh, äh, schnell irgendwo hinplacen, als es geht. Das ist der eine nicht despawned. Äh, 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 nein, nein, nein. I'm sitting in the gangsta's paradise. So, ich hoffe ich bekomme den noch. Wo ist die spawned? Scheiße. Egal. Nick, du wirst dich gleich freuen. Ist so Tag. Jupp. Uh, Bambi! Bogen ausgepackt! Bleib mal stehen hier! Ahja. Ich will die wieder abhauen. Ja! Ich hab dich gebumst. Ich hab deine Mutter gebumst. Ahja. Ich bin immer nett. Ah, sicher. Als wenn es um The Forest geht. Mhm. Ich bin auch so nett. So, und jetzt brauche ich nur noch ein Seil. Jetzt hab ich auch meinen Wasserbehälter. Wo ist denn das gelagert? Suchen, 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 suchen. Ah, da. Neben dem Futter. Okay. Oh, nee. Oh, das wird eigentlich Tag. Danach suchst du noch ein Flugzeug. Ähm, nee, dann komm ich erst mal zur Base. Bring mal Essen vorbei. Bambi. Bambi? Ich geh mal kurz wieder zurück. Vielleicht kommt denn wieder ein Bambi. Bambi? Spawnst du wieder? Für mich? Oh, hier ist die Ecke. Bambi will nicht mehr spawnen. Was soll'n das? Wird langsam beleidigend. Sobald ich seine Mutter und sein Vater ausgerottet habe. Ha, nur deswegen. Aber nur deswegen. Gibt's ja keinen anderen Grund mehr. Ja, verstehe ich nur. War so brav und nett zu ihnen. Dass du sie ausgerottet hast. So brav warst du. Ja. Jupp. Ne, dankbar. Habe ich noch einen Schädel? Nein, habe ich nicht. Okay. Egal. Habe ich gut verbraucht jetzt. Das ist alles schon mal ein bisschen mehr beleuchtet. Ja. Ja, da bist du jetzt auf den Teller reserviert. Ja. Okay. Der Typ ist so brutal, musst du... Lass ihn ausschließen. Das ist zu psychisch für meinen Kopf. Ah, hier wird ein Schädel gebraucht sich gerade. Okay. Ich muss mal sprengen, auch gut. Ich mach das doch nur für euch. Ich mach das doch alles nur für euch. Oh, nicht so brutal. Ist nur noch harmlos. Ja. Ah, da ist nur noch einer. Keine Ahnung was du unter harmlos verstehst, aber okay. Ahahahahaha. Ahahahahah. Ahahahah. Ja, raden wir wieder auf den Teller liegt. Das wollen wir doch nicht wissen. Was? Wollen wir nichts machen? Genau. da hinten daumen sind noch passen zu bauen hat es hier noch zu bauen okay jetzt verstehe ich auch dieses eine baum hat was mich dauerhaft abgefuckt hat wo wo einfach dahinten oder was das ist das große ding richtig das ist das große ding da kommt kein barm hier mehr ich will nach hause da würde ich auch mal empfehlen wir haben uns vor kurzem richtig beklagt dass es nicht regnet jetzt regnet dauerhaft gefühlt ich bin hier weg weil musiklaus hier ist zweimal höhen musiklaus grauformat grauformat ja ich weiß habt ihr auch schon ein paar mal gesehen davon haben wir auch ein umgebracht vor kurzem aber leider sieht keine rehe mehr gut gerade kann ich gar nicht so richtig weiterhelfen sehe ich gerade deswegen ich hätte bock gerade auf jagen deswegen gehe ich mal jagen ja ich gehe kurz zurück dann kannst du jagen einen auf mich stellen würde gerade wäre es angenehmer du gerade auch nebenbei hier durch die berge den kopf mein herr meinte es ja nicht zu markieren ich habe es markiert aber keine ahnung wie es nicht anzeigt wow dieser stock hat der richtig dann gehalten ja was hast du für arme die leuchten mehr als alles andere auf dieser scheiße welt kannibale die arme leuchten also die hände leuchten mehr als alles andere einfach ich brauche noch acht steine dann war es eigentlich und pack noch noch ein hasen ja dein arme und dein kopf brauche ich du wirst gegessen ich habe schon noch mal zu bedienen sich am trocknungsstand wo war es denn bitte dass den kopf gefunden hast ganz ehrlich kann die beiden töten koppel köpfen und dann war ich meinen flugzeugkopf verstehe ich brauche die knochen und nicht essen nutzerinfo wenn du die knochen essen also die arme ist da kriegst du trotzdem noch ein knochen raus ich habe noch ich habe noch schild das ist mutanten schild ist wertvoll ok treibstoff habe ich auch gefunden ok das nehme ich gerne an mich so weil es regnet dass es nicht abfahrt außer für zu brennen das ist aber doch kein feuer was ihr da habt für uns reicht's kann der schädel endlich verbrennen ich brauche die haut ist nicht mehr wofür ich habe hier zwei benzin kanister gefunden habe jetzt vier stück wie viel kann man mitnehmen vier vier oder fünf ich weiß jetzt nicht genau aber ich glaube es sind vier müssen wir uns in lager paar schränke auch im baston dass wir da so ein zeug noch sagen können ja ich hatte es schon lange gemacht aber es ist die mauer mal komplett bänden wir auch schön und dann könnte ich machen schädel genau ich baue schnell das feuer fertig und dann zahle ich es euch ich bin am ende ende des schneegebiet du kannst nicht sein dass das blöde flugzeug fragt im schneegebiet war ja das ist im schneegebiet schöne ist wenn man das feuer ist es mitten im schneegebiet sind wir am ende war es so mittig oder ja so mittig ach okay das ist doch so ein schönes feuer hier und hier auf die map habe ich nie geschaut während des deswegen weiß ich genau ich zum anderen direkten mutanten die schnee möchte ich ja noch verbrauchen vor ich gehe stimmt ausdauer wird tanken ich habe ja kein energymix also ich gehe jetzt auf ja dann tschüss tschüssi Kuki du kannst auch mal kommen wo Monik er ist tot umso besser dann können wir Momento statt ihn reinbringen ja er ist doch drin hä also dann tschau meine Dauer ja tschau ersatz mittig hast du gesagt genau mittels schneegebiet weit hier sind Schädel und die nehme ich mit jawohl da hinten kann es noch sein ich habe einen Bambi gefunden ich habe auch noch zwei im winter klingt irgendwie falsch aber mega keine ahnung wie scheiße du sein kannst dass du keins findest ich bin doch nicht mal in Schneegebiet rein gerannt und habe es schon einen gefunden ne ich habe doch insgesamt vier gefunden ja er ist aber zu lang gebraucht und ein paar andere tiere habe ich noch mitgenommen ich habe jetzt auch alle taschen gemacht die mehrfach taschen außer stein tasche was kann ich jetzt machen oh gefunden was kann ich noch damit machen wenn man so gut später schon geht später schon so wie macht man nochmal ne flagge in den Inventar hopp japp ok lass mich raten das stand ne flagge richtig japp ne soll ich doch die habe ich geplaced oh leuchtet das tode nehme ich gerne an mich heisst du adess ehm piloten und schwachteln das war es hier mehr gab es hier nicht ich will ich will Knochen oh boy früher war eigentlich das Kopfbild immer am See wenn ich es recht erinnere ja das war früher am See ja da war es schon durch ja komm das mache ich irgendwann später auf jeden Fall jetzt nicht da muss erst eh das Dach fertig gemacht werden von dem hier passt kein bock grad Moment bist du noch da? ja Lukas ja wie weit bin ich von euch entfernt so ist hier noch was zu machen hab ich nur noch den Knochenstuhl ah deswegen braucht er das eine Haar zu kehrt jetzt verstehe ich so gut gut Lukas wirst fighten bei dir im Haus sind Gegner nicht weit ich komme ich komme ich komme unter der Mauer um 23 um 23 um 23 um 23 um 23 also ich bin jetzt eigentlich gleich weg naja dann Cookie könnte die ganze zocken aber naja nein nicht köpfen weg mehr Knochen für mich den Kopf kannst du mir eigentlich geben köpfen könnte man die Arme können dann dran bleiben aber für dich brauche ich ihn nicht mehr nur den Kopf brauche ich nur ich mach das will psychisch krank werden so danke der verbrennt sich selbst erstmal so jetzt warte ich auf diesen Kopf da mach ich auch mal ein bisschen was auf einmal bin ich bei euch und schon sind die 10.000 Kannibalen ja die 10.000 Kannibalen sind schon dauerhaft da da so noch ein Bami das lassen wir am neben da ist kein Bock auf die Kannibalen hau ich mal lieber ab so das ist noch ein Kannibalen ich glaube langsam unzingelt hinter mir jagen 3 ne 4 vor mir sind auch noch 2 ja wenn ich einmal angreifen bin zum Marsch so ich habe meinen Schädel den ich brauche jetzt habe ich 2 Schädel und die kann ich jetzt verbrauchen so vorerst ein Schädel durch ach Bambi belassen sie 2 Knochen ja moin so so ich nehme mich noch mit Bambi und Dennis Feierabend für heute ja ja aufhören oder was nein dann ist die jagen vorbei das weiß ich aber so so jetzt okay jagen müssten wir nicht so deswegen fängt es an zu regnen fängt es an zu regnen war hier oben nicht mal ein Schaffer irgendwann waren dann nicht mehr jetzt okay gesteilt juhu meine ich habe ihn getötet jetzt gehört er mir veransprochen tschüss tschüss oder moin Max hier du kannst kommen wie ne 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 ich muss sowieso wow es gibt schon seit 10 Minuten platzfrei ja ich muss gleich hier auf ähm äh Marcel ganz kurz am ran eigentlich musst du den gar nicht den Kopf verfacken du kannst dir einfach verbrennen dann kommt der auch den Totenkopf raus auch ja moin egal ja so kein Essen das hat mein oh das ist vielleicht der vergammelt auf einmal mhm so mein Haus ist fertig außer halt zwei Hasenfälle aber habe ich nicht hm gut brauchst du Hasenfälle bett ich habe Rehfälle wir brauchen Rehfälle noch ah es ist begewittert okay ich sehe es gerade auch war geil ich habe Wärme an wer will mich kurz besuchen kommen hm 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 kann ich machen gleich vier Wildschwein für den Wärmeanzug okay die sind nicht günstig also ja hm ok Rehleder brauche ich eigentlich nicht mehr so wie sieht es mit Wildschwein aus ähm Steinbeute ein Wildschwein Drei Dings Steinbeute ist auch denn erstmal fertig so Windschwein kann ich damit noch was ne nur Wärmeanzug ok so wer braucht etwas kann was hm 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 was benötigt wird muss nur angesagt werden geb ich ich benötige Kacktoy gar nichts Dieter war es das jetzt drinnen voll oder was 100% achso ok dasselbe halt ich muss auf hm hm so ich komme jetzt ich komme ja ich komme ok hm drei zwei eins ich bin vor der Tür so er sitzt einfach da guckt dann habe ich hier meine Rüstung einmal Mutanten einmal Knochen dann habe ich hier wahrscheinlich ne Waffen und dann hier halt Molotov Dinger und hier halt mein Bett dann hm schönes kleines Haus und Aussicht habe ich auch naja das ist nice ja also ich speichere und nur dann gehe ich auf ja dann mach dort Nick ich hätte gesagt wir bauen vielleicht die Base noch weiter aber vor allem Essen haben wir ja eh jetzt grad deswegen so was fehlt dir alles noch kannst du mir sagen hat jemand für euch vielleicht Dinger ähm äh 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 stoff 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 ja wozu wiezu nein nicht stoff nicht stoff äh Dinger wie heißt es ähm seile oder hart hier hartz baum hartz baum hartz hätte ich ja gib mal schnell ok ich muss konstifizieren bisschen dass ich safe alles hab hab mir jetzt hier zwei Seile hergestellt so hier hier nice wie wenig ich auf einmal habe einen Baum hartz sehe ich grad so ich hab ja jetzt ne vergiftete Pfeile hm was bringen die vergifteten Pfeilen so rufen wir mal ein Momento aus und hast du Gift schaden nein doch ich check's jetzt nicht Aua ähm hast du schon ne Wasserkanne? Wasserschlauch? ich oi o nein noch nicht hast du schon einen Beutel? äh kannst du mir hingeben hallo genau oh du kommst als zweites dran was für ein Beutel? boah was für ein Beutel genau oh scheiße Speerenbeutel du sag aus zwei Hasen äh ähm Speeren? ne das net ja aus zwei Hasenleder wie viele Hasenleder haste? null hab ich dir alles gegeben Hasenleder ja jetzt hab ich dir alles gegeben einmal Steinbeutel hast du das? äh nein Steinbeutel brauch ich jetzt nicht unbedingt, aber kann ich ja nehmen hier hier Reeffell brauch ich aber nicht okay hast du doch Speerbeutel okay ja doch ich weiß nicht wieviel du Reeffell brauch kannst du gucken es gibt jetzt alles was du brauchst Echsenhaut selbst kann man was daraus craften? kannst du mal kurz schauen nur Tarnanzugs Rüstung was soll ich billige Rüstung kannst du nur craften raus so ähm wenn ich es wieder helb ist besorgt ich nochmal ein Hase ein Häschen so Steinbeutel da äh ein Stock so ich brauch erstmal was willst du denn in der Basin weiterbauen? ich wäre sonst aufgegangen sag was du bauen hallo du hast gesagt ich bin noch zu einer Stelle krieg dann Sachen ja was was brauchst du noch? ein Trinkschlauch okay dann kriegst du erstmal eins was was genau ich brauch mal für'n Trinkschlauch ähm Fabi äh Fabi Marcel kriegst das hier zurück ich hab'n Trinkschlauch so so ne hast du noch nicht gegeben ah ich kann das gar nicht aha ok ähm wie sieht's bei dir aus mit Flare-Molition läufst du mal zu? wenn's wenn's fünf voll ist dann hab ich alles ja bin auch voll ok ich nicht ähm ja ja aber du hast auch noch die Flare gar nicht deswegen ja müssen wir mit dir dann noch Ding gehen Wintergebiet ähm Leuchtfackeln Benzin sieht's damit aus? hab ich äh drei ok ich bin doch am Feuer wieso krieg ich hier ok so wie sieht's modern fein aus? hab ich null ich hab nur die normalen Pfeile ich hab 20 von den normalen Pfeile gehabt also jetzt hab ich fünf von den moderne bekommen also Jungs ich geh dann auf ja dann gute Nacht äh dann kriegst du das noch von mir Aua 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 er piekst sich auf kannst du nicht mehr aufhören? ich bin fast tot ja der verwässerte schwer fickt dich ok habt ihr schon ne verspesserten Sperr mit Knochen? äh ich hab kein Sperr so funktioniert das nicht da fickt ihr noch ein Feuerzeug äh ich hab schon ein Leparaturskit da bräuchte ich ah hafft hör auf hör auf hör auf hör auf hör 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 auf hör auf hör auf hör auf Ich hab Sprengstoff, sehe ich grad. Ah, äh, Pistolen-Schild, ist mir egal. Ich muss die Tür ablegen. Oh nee, komm, hier zieh's. Neckar, neckar. Scheiß, ich hab mein Dinger zu Hause gelassen. Ich hab's aber zu Hause lassen, hab kein Bock. Ich bin jetzt die Folge auf Herz gefallen, die nächste Folge kommt vielleicht, äh... Ich weiß ja nicht warum, was bei dir connected, aber angeblich ja nichts... Oh, das gefallen bis zum nächsten Mal, tschüss. Ich weiß ja nicht. ich habe meinen Bauch-N отношen. Ich bin jeden Tag. Ich bin halt der Kuhn-N-Touch. Ich bin ja nicht nur das, was ich die, die zu Hause machen. Vielen Dank.